Ich auch nicht. Ich bin grad nicht da. Ich kleb grad auf dem Dach. Ja, dann kannst du reingehen und pennen. Ne, ich muss mich grad hochbauen. Weil ich grad in der Ecke am Arbeiten bin. Aber jetzt hab ich die Schräge gesetzt. Bist ein Eckenpenner, oder wie? Ja, ich geh doch jetzt. Ich musste doch mich hochbauen wieder. Ich war in der Ecke. Ich mein nur, du bist ein Eckenpenner, oder wie? Ja, ein Eckenpenner. Eckenpenner. Blub, blub. Blub, blub, blub. Aha, Aprophobien. Hier ist ein Beehive. Zack. Blub, blub, blub. Was man so alles findet, wenn man hier die ganzen Blätter weg macht. Ach hei, Zombie. Ach, der geht halt zuhause und dann gefunden hast du. Ohohohohoho. So, was haben wir jetzt auf der Höhe? Ja. Die lassen wir auf der Höhe, weil da liegt jetzt was nicht. La 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 la. Oh, creeper, verpiesel dich! Oh, zweiter creeper, verpiesel dich! Oh, ich guck das selten. Ich muss, glaub ich, den Wald mal gleich ausleuchten in der, in der Nacht. Mach das. Kannst doch F7 drücken, dann siehst du auch, wo was da geht. Nein, ich muss das ganz schön machen, damit das schön nachts beleuchtet ist. Wenn man, wenn man von dem Glas, von dem Glas Monument der Fensterscheibe, die in Richtung Sonne gerichtet ist und auf den See, damit man auch schön beleuchtet den See abends. Aha. Jetzt zerpiesel dich doch! Hau doch ab! Trotzdem kannst du mit F7 doch gucken. Das ist mir scheißegal, ob das F7 ist oder nicht. Da können wir doch wieder Monster drin spawnen, das ist mir... Was von Latte? Hau auf zu explodieren! Du Blähkörper! Du bist wie ein Pups, ey! Du kommst doch nicht, aber wartest noch! Bist voll verrückt. Steine, Steine! Keine Steine! Geh doch weg, hab ich gesagt! Diese alten Schweine! Geh doch hör auf zu explodieren! Habe ich gesagt, du Blähpup! Äh, ich leck! Wenn jetzt explodiert, dann hasse ich dich, mein Quaft! Ne! Oh, selber Klaus! Äh! Ne, bei mir nicht! Äh! Ich bin drauf! Ich bin runtergeflogen! Warte, ich mach kurze Pause! Guck mal, kurze Pause! Hihi! Ich bin noch drauf! Wird 2 von 7 angezeigt, aber irgendwie bin ich weg! Ich bin noch drauf! Aha! Wenn er gleich explodiert, hab ich ne Arschkarte! Und jetzt hast du das letzte Game, jetzt schon zu Game, ja! Jetzt ist er unexplodiert! Oh, ich sterbe! Ich sterbe jetzt ernsthaft! Ja! Oh! Der Creeper ist explodiert! So, und dann war ich in diesem Loch, hatte noch 3 Herzen und dachte so, okay! Das ist ja nicht Schlimmes, ne! Kommt, brenner Zombie! Wow! Was denn? Nix! Also, oben links steht beim Injunkt! Da war ein Creeper im Wasser! Tja! Oh, jetzt muss ich wieder alles sortieren, das ist doch kacke! Quack, quack, quack! Das ist doch voll brauner Dünnpfiff! Krass, ja! Und den du hingesetzt hast, ne! Scheiß Creeper hat hingekackt! So! Spitzer Haack, Axt, Fressi, Fackeln! Schwert, Ding! Ippelmus! Den brauche ich grad nicht! Also, den Atlas brauche ich grad nicht! Das brauche ich! Nö, brauche ich nicht! Brauchst du nicht! Brauchst gar nichts! Oh, fucken kann ich gleich nehmen! Ich hab nix mehr! Egal! Das gleiche ist besser! What? What the fuck? What the fuck says? Was hat er gesagt? Jetzt, ich hab dir gesagt habt! ... Okay! Das hat er wirklich gesagt! Das wird sein! Okay! What do Cento say? blablabla .. blablabla .. blablabla .. war gut .. wenn man sich fragt wie weit der Wald überhaupt hier geht noch welcher Wald? wie sehr klömmische Hawkwood Ich brauche den Platz doch. Ja, den Platz kannst du brauchen, aber ich brauche den Platz auch gut. Ja, heul doch. Zum Krafteln. Heul doch. Das kann ich nicht. Krafteln. Sag ja, heul doch. Ja, ich brauche jetzt Sprutze-Wut. Spritz-Wut brauche ich jetzt. Spritz-Baum-Wut? Spritz-Baum-Wut. Damit ich zumindest die unterste Etage erstmal ein bisschen leger hinmachen könnte. Aha. Cool. Oder auch nicht. Alles scheiße. Scheiße ist braun und stinkt. Oh, das geht. Ja. Was ist eigentlich mit dieser Lava-Quelle, die wir hier noch stehen haben? Weiß ich nicht, pumpst du aus? Weiß ich doch nicht. Habe ich echt meine Workbench stehen lassen? Ich bin kein Hellseher. Was ist eigentlich mit dieser Lava-Quelle, die wir hier noch haben? Ich bin kein Hellseher. Ich bin kein Hellseher. Ich bin kein Hellseher. Ich bin kein Hellseher. Ich bin voll der hübsche Madden. Nee. Der hat immer Hosen an. Du meinst keine Hosen an? Doch. Nee. Sag nicht, dass mein Button mit R schon wieder verkunft ist. Nö, dass er wie ausgeschaltet hat. Einer. Geil ist ja eigentlich, wenn man nicht was zu essen braucht. Wir können einfach nur über das Feld rennen. und dann einfach nur ernten sagt er ja 1 2 3 eine sichel und eine normale axt vielleicht brauche ich noch eine zweite axt ich vermute es mal du bist klein nicht verfolgen aber überlegt wie das zu anfang ausgesehen hat wie dann poppels dreckig das spiel die kabel der druck platte die schwebt auf einmal ich brauche verkauft in der blöcke könnte ich mir eigentlich mal hier von dem gerüst warum nicht das wird mir arbeit erspart ich nehme einfach nur die unterste linie die kannst du nachher nachfüllen nimmst du nicht nicht dachte ich jetzt aber die peinwurz hier die nehme ich jetzt so viel die rasier ich jetzt mal ein bisschen ich brauche mich wieder neu hinsetzt dann ja ja ich rasier die gerade eben schlitz 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 blitz schlitz blitz ich blitz schlitz haben wir noch gut im schlitz so naja du bist behindert ich weiß und das erfolgreich aber jetzt hat es auch zugegeben dass er behindert ist ich bin erfolgreich behindert ja ja bist du eins dieser steine dieser schweine aber er wird schon 22 sätze liegen auch 23 jetzt sogar ok du bist ja sowas ich nicht haben möchte ne so ohrenkrebs was für ne ohrenkrebs von deinem talentierten gesinge hä wovon redest du denn keine ahnung wovon du redest ist mir schon fast klar nichts hey wie so nicht ein ein buch 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 warum wird das süß anzeigt auf der karte das mit die karten fließen so ein bisschen die biome so an sich die wende ein bisschen vielleicht ist es wüste und jetzt wurde er darüber gezogen aber die karte checkt das irgendwie keine ahnung ich bin die schadlerseer kann sein du flattelands ein bisschen flattelands aber zwar stinken auch die bäume sind ja gar nicht so groß geworden die pines schwingst du gerade ein stinken oder oben in die höhle oder was wir kommt denn da darauf wieder zeit wird auch zeit sagt er die komische kammer da kammer des schreckens ist das also sind sie denn so groß geworden und jetzt wollten vielleicht weil sonst werden die mal verklein der platz weiß ich nicht ob der platz nicht reicht aber manche normalen beiden auch so wenn ich am platz am wachsen ja ich weiß ja schon fragst du dann hast du das gibt es dann irgendwo ein peinwald hier oder so ich glaube das ist genau da wo ich dann am kreis gelaufen bin da müsste man mal einmal durch rodern sonst müsste es ungefähr das gebiet sonst ist es wahrscheinlich hier oben noch in weihnacht da 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 Du hast gesagt, nachwenden sollte ich. Mhm. Ja, sinnvoll, ne? Gott, sind hier viele Fische. Tinten Fische. Schlacht dich mal. Tinten Fische. Essens nach Schuss. Ich hau mir mal so'n fetten Deluxe-Meal-Burger rein. Mach das. Ach, Pinata und Piranha. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, so'n fetten, geilen Burger. Mit saftigem, warmem Fleisch. Pfwa-